Wir sind Ghosts. Wer sieht mich denn hier? Wir haben hier auch einer. Heli, oder? Das ist das Auto. Welcher Wagen mittlerweile gut ist, habe ich gemerkt, ist dieser kundige Zeus Wagen von den Gegnern. Der ist richtig stark. Das ist ein Allradauto. Ich renne da rein. Hohen Sie sich die Datei da an der Mine. Die Sprengladung ist scharf. Die Sprengladung ist scharf. Die Sprengladung ist scharf. Die Sprengladung ist scharf. Wie lasse ich C4 explodieren? Indem du da... Hast du vor? Ich will dich nicht in der Luft. Ich wollte das mal probieren. L2, L1. Okay. Aber schön genau den Eingang zugesperrt. Ja, ich habe irgendwo hingeworfen. Oh, hier. Haben wir sogar den Wagen gehört. Wir müssen noch weiter fahren. Dann können wir diese Daten holen. In der Tat. Warte mal hinter uns ist noch eine Kingslay-Datei und die Informanten. Vorwärts weiter fahren, würde ich sagen, wir müssen uns erstmal das. Ja. Okay, jetzt muss ich einfach nur blind fahren. Du musst mir sagen, wo's hergeht. Ja. Ja, wir der Straße folgen erstmal. Folgen Sie über Straße. Da vorne ist es hier. Und Gegner. Da wo die Gegner sind, ja. Da gibt's Informationen. Ah, der Informant ist ein Typ natürlich. Wie markierst du den eigentlich? Hm? Ich hab den auf der Karte markiert. So. Oh, der ist schön eingezäunt. Oh, ich werd gesehen. Ich hab meine Drohne. Oh, er hat durch den Zaun geschossen. Der haut ab, der Informant. Das ist aber sehr gut. Der haut mit dem Bagger, glaub ich, ab, oder? Ne. Doch, er steigt in den Bagger ein. Egal. Du kannst da die Gegner erledigen. Die verfolgt dann. Ich krieg den Bagger. Der Bagger, man. Weil er es mit dem Bagger kam. Was? Das wird ein bisschen problematisch. Ich krieg den Bagger nicht gedreht. Ja. Du fährst daher. Ich will, dass du daher fährst. Ich hab selbst in die Luft gejagt. Ich strottel. Du hast dich selbst in die Luft gejagt? Ja, der Gegner war zu nah. Ich hab mit dem Sprengsatz auch ein Auto geschossen. Echt? Ich verhör den gerade. Ist okay. Na. Ist egal. Irgendeins. Ist auch Fähigkeiten. Nein. Ich rede. So. Mein Name ist den erwischt. Ja, aber da ist noch eine Kingslider-Datei. Komm nicht in den Bagger rein. Oh, die geht jetzt schon mit dem Bagger erledigen. Bin ich. Stimmt. Ich glaube nicht. Ich gebe euch. 15 Sekunden ganz tot. Pass auf. Ist egal. Ich fahr lieber weg, weil... Ich fahr nicht Unitaub. Wieso ist der Tag Hilfe? Ah, ich hab mich schon gelegt. Versorgung CD des Kartells. Kapern wie ihn und lassen die Ladung den Rebellen zurück. Echt? Dauerhaft. Ey! Kommt man hier hin und wird direkt angeschossen. Ermerven dich, Gegner. So, Unitaub hat mich verloren. Kommt dann ein Helikopter? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall würde ich mir noch die Kingslider-Datei da vorne auf dem Sobeute holen. Oh! Deckung! Wo mache ich der Platz? Der ist tot. Ich mag die Unitaub nicht. Die sind mir so... Bist du direkt da rein gekommen, wo die Unitaub sind oder was? Boah, aber grad nicht schlimm. Tod. Alle sind tot. Ich hab noch einen Gegner hier. Ich hab sie halt umgebracht. Ich bin ein Massenmörder. Ein Unitaub-Massenmörder. Oh, der hat Granate geworfen. Da hat's Bogen. Da hat's Bogen. Hier waren wir doch schon mal, oder? Oder warst du was ähnliches? Hast du jetzt die Daten bekommen? Nee, ne? Na, auf dem Gebäude sind die. Welche Daten meinst du? Ich bin leer. Na, die ist hier oben auf dem Dach. Neues Auto gesetzt, äh, uns geholt. Oh, was ist denn für Gegner? Oh, den krieg ich so nicht. Ab und zu muss man ja halt reingehen. Komm mal. Oh, hi. Oh, ich bin am Boden. Okay. Ich muss, wo muss man ja hier herangehen. Das war ein bisschen zu ne... Der steht direkt hinter der Tür. Wenn er hochkommt. Weiß ich. Ja, woher weiß der das? Weil ich den gesehen hab. Da kommst du hoch und dann... Du schießt schon. Verdammt. Warte, ich hab ne Idee. Ja, noch 15 Sekunden. Okay. Fall dich! Fall um, ich fahr runter! Ah! Vielen Dank! 50, 5, 4, 8, 2, Das war echt eng. Verdammt. Das geht auch besser. Ich bedanke mich. Und geh einfach weiter. Ich bedanke mich. Ciao. So, einmal eine Dirt High. Und einmal Nachschub. Und dann ist hier noch was, ne? Eine Waffe. Ja, Waffenkiste. Auch ganz oben. Alles ganz oben. Oh, da kann ich gebrauchen. Ja, du musst schon Platz machen. Nö, nö. Ja, hier muss noch was drin sein. Irgendwo. Nachschub. Hier ist überall Nachschub. In der Tat. Ah, das Nachschub. Andere Seite. Und sonst das Nachschub. Gesundheit. Ja, alles gut. Ja, danke. Na her, bitte. Jojo Bings. Die können wieder fahren. Ah, hier sind aber noch zweimal Nachschub. Echt? Ja. Der einfach runterspringt. Puh, abkürzend. Ne, sogar drei, äh, äh, noch dreimal. Ich sag mal was, ich nur umschau. Gibt's genug Nachschub. Echt hier. Aber man wird es im ersten Moment gar nicht angezeigt, ne? Hm, da muss nah genug ran sein. So, jetzt müssten wir Tio jetzt alles haben. Ne, wir haben, oh, wir haben direkt hier in der Nähe noch einen Fertigkeitspunkt. Ja, den Weg werde ich dafür nicht fahren. Da werde ich zu Fuß hoch gehen. Oder mit dem Auto nehmen. Hier im Auto. Du willst einen Bagger haben. Ich fahre. Tio, mit dem Bagger glückend. Lass Bagger rennen. Ey! Ups. Warte, am Eingang. Am Eingang, warte ich. Lass Bagger rennen. Was baggert der denn da? Ich sag jetzt wohl, fahren wir den richtigen Weg oder fahren wir von dem Berg hoch? Ich sag mir, wir fahren den direkten Weg. Ich fahre doch keine 20 Kilometer aus dem rum. Ja. Okay, der ist 20 Kilometer. Das wird ein Rennen. Das war eine Frühstattung von dir. Quatsch, es gibt kein Rennen. Ich fahre einfach hoch. Oh, Eisbein. Das ist was gebüschte Rümmern. Ich glaube nicht, dass ich da hochkomme mit dem Bagger. Och, ich schaff das. Ich glaube, ich habe eine andere Idee. Warte. Ich schaff das schon. Ich glaube, ich habe es. Ich komme auch. Kann sich ja anschieben. Ich weiß warum, ich war rückwärts. Was? Hä? Jetzt komme ich nicht mal hoch. Wo ist du denn? Hier. Das wird echt ein Bagger rennen. Nein. Nein. Dann ist das Verschick. Bremst rechts und rückwärts. Dann sehe ich mich auf einem anderen Weg. Dann sehe ich mich auf einem anderen Weg. Genau. Fahre ich halt die paar Meter aus dem rum. Komm ich auf jeden Fall an. Und nein, aussteigen geht nicht. Der Bagger muss oben sein. Dann ist es halt rauig stehen. Ich rutsch auch runter. Hier lang geht es. So, so. Ich habe es, glaube ich, geschafft. Ich komme selbst den Weg, den du fährst kaum hoch. Jetzt fährt es wieder runter. Dann kommst du dir dann entgegen. Ja, ich schaff das schon. Nein. Nein. Da komme ich und ich hole ihn. Nein. Bagger rennen auf der Doomfest. Ich habe es. Oh, hier sind Gegner. Ach, ja. Geschafft. Ich habe als erstes das Haus berührt. Nein. Ist mir doch egal. Ach, das ist wieder so ein Eindringungshaus. Ja, tu schon mal deinen Dings. Dein was? Mit Granatwerfer ausrüsten. Wir sind fast da. Ich glaube, das reicht. Und ich mach zwei, vier an die Tür. Okay, dann drei. Ich meine, danach kannst du direkt. Wo bist du denn? Andere Seite. Direkt mit Granatwerfer rein. Sonnen. Drei. Zwei. Go. Gut. Boah. Ich... Ups. Alter. Ich... Ja, ich hätte bedenken können, dass du auf der anderen Seite bist. Ein Paller, der da rein und totet mich direkt. Sollte dich so aufheben. Sollte dich so aufheben. Da dauert er keine... 10 Sekunden. Warte, ich geh vor und du musst dann die Nachhut. Zeig dir die Nachhut. Ich geh auch rein rein. Ich hack dir den Computer. Da. Okay, Fähigkeitspunkt erhalten. Haben wir es? Ja. Alles klar. Das heißt, das nächste ist dann diese gummige... Aufklärung da. Aber diesmal fahren wir nicht mit Bagger. Mit Bagger, Junge. Nachtsicht mal anmachen. Ein bisschen mehr wieder. Der Kampf bedeutet nichts für richtig ausgehen. Ich hätte nicht an euch zweifeln sollen. Seid ihr hier seid, hat uns der Kampffahrt aufgenommen. Muchas gracias. Da geht's her. Fahr. Ey. Fahr. Ach ja. Ich hab einen offenen Jeep. Ich hab einen Zun Jeep. Ein Zun Jeep. Auto. Er ist zu im. Ich hoffe, dass auch die Aufnahmen jetzt komplett weiterlaufen. Wahrscheinlich. Puh. Alter, das ist fach. Kaputt. Ich hab eine Abrissbörner. Kein Auto. Entschuldigung. Dann fahren wir mal weiter. Was sind die Geilachterbahnen hier? Wahrscheinlich zum Erze. Zum Erzsehung. Da sind die Gegner. Du wolltest doch taktisch. Aber wir sind schon da? Ja. Sind wir schon da? Ich fahr einfach da rein. Ich fahr bis dahinten hin jetzt. Ein Drecksack weniger. Und da oben ist auch bestimmt irgendwas. Sonst geht's. Äh. Genau. Sonst geht's. Ich hab schön eingeparkt. Wo mich sieht kein Gegner. Oh. Hi. Wie geht's dir? Das fährt aber da rein, ne? Ich tue mal die Aufklärungsdaten. Naja, sind er, du Tod. Ja, sehr schön, ne? Ich bin ein Mörder. Ein Mörder. Geht auch ein. Ein Klärer-Datei? Ja. Lustig ist noch eine Information zu da. Oh. Dennis? Ja. Warte. Das ist ein Informationstyp? Mhm. Das seh ich, aber warte, ich will meist die Künstler. Weiß nicht, was der Typ hat, aber auf jeden Fall. Ja. Hey, auf den. Nicht schlafen. Schlafen kannst du auch nicht. Er hat nix mitbekommen. Sie gaben sie uns die Information und dann dürfen sie vielleicht leben. Warte, ich will noch was testen. Kannst aber schon mal das nächste markieren. Ja, was wirst du testen? Wir werden natürlich beim Heli fliegen. Ich flieg das Ding. Nee, ich wollte was testen. Ich wollte nicht den ganzen Weg da hoch. Okay, hier ist ein weiter Weg. Und dann können wir an... Oh, Story-Ansatz. Naja. Okay, wir nehmen ja die Zubehörkiste. Ist hier oben irgendwas? Nein. Ah! Haben wir denn alles... Nee, wir müssen... Ah, da hinten müssen wir hin. Ich habe die Zubehörkiste hier vergessen. Ach, die habe ich auch noch nicht. Stimmt. Ach, schade. Ich wollte, dass du in meinem Helikopter reinspringst. Nee, nee. Mittlerweile ist das wieder weg. Das funktioniert nicht mehr so gut. Nachschub. Den habe ich auch noch. Mehr Nachschub. Und wer wollte das da wegfliegen? Nee. Nee. Ich will ja, ich gucke, ob da oben irgendwas ist. Zubehörhalten Sturmgewehr China. Laser Visier. Nein, ich will nicht Passagier sein. Ich bin Fleischer. Ich bin der Fleischer. Nett. Das Wiesn ist eigentlich scheißegal alles, ne? Dass du erschießt. Ach, das ist doch alles. Markiert habe ich. Dann haben wir das ganze Gebiet aufgedeckt. Nee, beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Nein, jetzt hältst du die Schnauze! Ähm. Ja? Wo sind wir? Da sind wir. Okay, flieg erstmal da hoch. Weil wäre erstmal vielleicht gut, die Information zu holen, ne? Wo denn? Von den Informationstypis. Ja, ist da. Ich glaube, wir werden gleich von irgendwas gesehen. Komm, gleich Raketen kann... Ja. Ha! Und... Sauber ausgewischen! Loops! Und auf die zweite! Und... Sauber ausgewischen! Und noch eine! Da kommt noch einer! Nein! Scheiße! Hilfe! Hilfe! Ja, das ist schon tot! Ich hoffe, du kommst rechtzeitig unten an mit mir! Hey, wir sind wieder da, wo wir am Anfang waren! Warum, ich leb noch! Achso, ich bin ganz tot! Ich konnte während der Helikopter fällt eine Hilfe anfordern! Ja, wink!